Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Hot Online Farm 2019. So, wir starten hier mal. Der hat einen Kurs noch drin. Ich werde mal ein bisschen mehr zum Feld reinfahren. Ich habe das Gefühl, dass der dort oben mit den ganzen Gebäumsel dann nicht so klar kommt. Und ich gebe zu, ich habe es vorhin so oft getestet, da habe ich so in dem Wald da oben festgefahren. Dass ich regelrecht neu starten musste, weil ich dann gar nicht mehr rausgekriegt habe, außer mit zurücksetzen. Und darum fahren wir dann jetzt da ein Stückchen aus dem Wald raus. Der ist irgendwie über die Bahngleise geschossen. Ich vermute mal irgendwo hier hinten. Und nun hat er sich hier in dem Wald da drüben da. So dermaßen festgefahren, wäre aber unmöglich rauszukriegen. Als ich in vorne raus hing er hinten mit dem Trailer fest. Als ich den Trailer frei hing vorne die Zugmaschine irgendwo an die Bäume fest. Ich freue mich, wie CP sich dort so dermaßen rein manövrieren konnte, dass überhaupt nichts mehr ging. Muss aber irgendwo ein Feldweg kommen, oder? Hier ist der Weg. Hier ist ein Weg. Hier ist ein Weg. So. Und Abfahrer einstellen. So. So! So. 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 da ist ein Baum, ich weiß nicht ob du es mitbekommen hast. Baum und LKW nicht gut. Eine bestimmte Funnel irgendwo, so ein Försterletzchen, Votufahrenletzchen, Bundesfabrik und Tritturm. Ich spinne gerade ein bisschen, ich fordere nochmal mit. Ich habe so eine ganze Ahnung, dass sich der irgendwo noch festbeamt. Wenn er jetzt hier auf dem Weg zieht, dann bin ich zufrieden. Wo fährst du da lang? Und? Das kriege ich mit dem Riffen, der ist nützlich. Der fährt da wieder irgendwo. Der fährt sich da wieder irgendwo fest. So, das ist nützlich zu heikel. So, machen wir es mal. Das lassen wir zuerst mal drinnen, aber wir wechseln mal auf den Modus und. Ne, nicht zum Thrasher, du fährst vor Thrasher, aber fahr weiter. So, da sind wir uns ja festgefallen, oh man ey. Ich krieg nochmal die Krise mit dem Korn. So, und weiter fahren. Was macht denn der? Ich verstehe die Logik manchmal in dem Zeug nie. noch fährst. Nur fährst du. Was ist denn das? So, wir werden stehen und machen noch etwas anderes, das geht mit aus dem Sack. So, du bist hier, Forst, Kettensäge. Egal welcher nimmt die und zack. Ehh, ich muss den Gunst jetzt irgendwie hoch. Das kann ich nicht mehr absagen, weil ich den Zugang habe. Das ist doch nicht wahr. So, kann ich hier endlich sein. Aber, das machen wir die ganze Zeit eigentlich schon. Machen wir die Rüben, die Kartoffel amten. Kann doch nicht so schwer sein. Mann, 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 Mann. Das kann in der Mission werden, da greife ich mir an die Waffel. Das kann ich nicht mehr so schwer sein. Das kann ich nicht mehr so schwer sein. Das kann ich nicht mehr so schwer. Man hat nicht mehr so schwer sein. So, wir sind hier. Necken hoch. Abschlüsse zickig hoch So, dann gibt es auch die Option, dieses Form. Ich fahre sie dann gerade nicht. Ich habe mal die Option im Auto 12 abgerufen. Und mal zack zack zack. So. Level ablassen bei Wagen im Feld. Sack zack Marazine. Automatisch abtanken. Ja. So, das wird Opfer finden. Opfer rufen bei 60%. Trascher für das machen wir mal ein Jahr ein. So. So. Opfer auf früher rufen. Ja. So. Und zack. So. 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 vorn Ich kann mich auch noch mal machen. schnupzelt weil irgendwie ist noch ein bissel doof ich kann mir nicht helfen über das tp fährt das gemüse, über autotrive kriegt das auch nicht auf die kette ich weiß nicht was ich noch machen soll so und vorher ist die treasure wer gibt hier ein signal war es ohne alles wert jetzt sieht gut aus wie man vor mir ich kann mir ein bisschen ableitend kurz wassup hmmm oh boy so so halt zurück so hmmm fahren abholen abladen abladen ne abholen nee das ist eigentlich der große shit nun mal los so und jetzt gehen wir weiter fahren hm 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 schau mal hat es jetzt gefressen ich nehme es halt mit dem anderen das er hier hoch ausfährt ah er fährt ab ah er fährt ab jetzt werden greifen auf deutscher kommt nie hoch auf deutscher kommt nie hoch sie ja nach ihm wird ja 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 Schnapp doch mal so. Ein Stück oben hinten, damit ich den Schuh aufbauen kann. So, jetzt hier hoch, müssen wir das Feld rauskriegen. Das Feld ist ein bisschen weg, so, und dann, so, 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 so sagt euer Jahrzuh.